Suchst du einen Garner, ja, vielleicht am Misthof, ja, dann kannst du schauen, ja, dann sind sicher viele drinnen, ja. Die Räuber, Räuberbande, ja, ist so groß und mächtig, ja, sie haben über die Fingern drinnen, ja, auch die Regierung fördert die Räuberbande, ja. Ja, die Räuberbande, ja, macht dich überall Brei, doch, ja, überall hat sie die Finger drinnen, ja, alles macht sie mit, das ist doch klar, überall wo keiner bauen darf, auch, ja, wird gebaut von der Räuberbande, ja. Ja, die Räuberbande, ja, hat viel Macht, das ist doch klar, baut in Hochwasser, ja, dann schreckt sich einer auf, auch so, und nur die Leute, Leute, ja, sollen das Haus kaufen, ja, steht in Hochwasser, ja, kostet die Hälfte 300.000, ja, und das ganze Haus, ja, ja, 700.000 ist doch klar, 700.000, und in Wasser steht es, ja, da kann sich einer freuen, ja. Ja, ach, so ein Haus, ja, ja, wenn's du kaufst, das ist doch klar, hast du das Wasser vielleicht in, 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 in unten drinnen, ja, und du kannst deine Füße schon Boden gehen, ja, das kann passieren, ja, wenn's von der Räuberbande, ja, ein Haus kaufst, das ist doch klar, so viel Geld verlangen's, ja, ja, ja.